So schnell kommst du an hinterher hier. Ein Grunzel wie ein Schweine, so wie ein Grunzel. Voll ins Loch. Oh, so wie langsam. Ja, ohne quietschen, ohne alle. Das ist... Das ist geil, guck mal. Ich versuche ein Video zu machen. Jetzt hat sie zwei Knickohren. So, da siehst du auch nicht, was gerade ist. Jetzt müsste wirklich noch Charly dabei sein. Ne, Gonzo? Dann bist du nicht mehr der Typ mit...